Zum Saalfelder Marktfest hier 2024. 1125 Jahre Saalfeld. Ich habe hier eine Band, Teile von der Band. Wir sollen jetzt sagen, wer wir sind. Ihr müsst jetzt sagen, wer ihr seid. Du bist der Interviewer. Wir sind die Akustik AG aus Saalfeld und wir spielen heute zum Marktfest den Opener um 20 Uhr. Es geht also gleich los, wir sind spät dran und wir freuen uns auf euch. Ja, also ich bin ja bloß ein Anhängsel. Ich werde immer dann geholt, wenn es schwierig wird und wenn es gut werden muss, mit Verlaub. Also ich wünsche den ganzen Leuten hier auch sehr viel Spaß mit uns. Wir werden den auf alle Fälle haben. Genau. Einen wunderschönen Abend. Entschuldige bitte, dass ich dich... Das kannst du. Ja, alles gut. Ich bin der Sturmi, ich kümmere mich um die zwei, die brauchen Betreuung und das bin ich. Also viel Spaß heute Abend und die Akustik AG grüßt euch. Bis demnächst. Adios. Es ist früh um sieben, ich komm von der Mucke. Da sitzt sie auf meinem Bett. Hey, Sturmi, was sollen wir heute machen? Ankommen wäre ganz nett. Ich brauch weder mal was zu anziehen. Ne neue Jacke schiebe, sowas halt. Douglas und Frita Maris. Hey, Anja, nicht heut, aber bald. Und nachher treff ich mich mit den Jungs von der Band und wir treiben den Blues vor uns her. Bleib für uns zum Schocken, glaub mir. Keine Zeit mehr. Es zieht die Wetterwolken über mir auf. Als ich hier meinen Plan erklär, dann fängt mir auch noch die Augen zu. Als ich um drei aufstand, da war die Wohnung leer. Doch nachher treff ich mich mit den Jungs von der Band und wir treiben den Blues vor uns her. Dann bleibt er uns zum Schocken, glaub mir. Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Hey, Thomas. Hi, ich bin Benne. Wir sind heute in Saalfeld. Wir sind gerade mit meinem neuen Album zu Hause unterwegs. Es ist wirklich so eines meiner persönlichsten Albums oder despersönlichste Albums geworden. Es sind ganz, ganz viele Geschichten aus meinem Leben mit drin. Und ich freue mich einfach total, das heute Abend live mit Band hier zu spielen. So, kann ich nochmal alle Hände sehen? Schon ein bisschen mehr als vorher nach hinten. Sehr gut. Ja. Ich weiß schon, wie wir den Grünen, du darauf trägst, zusammengekauft hast. Die alten Filme, die farbig ist nur Schuss. Die Notte, die rote Lampe noch Hass, die wir zusammen gebraucht haben. Mit ihr einzeln, wie wir an der Seite, die weg bist. Und ich war neben dir zwei Wunden, der Abschaffung und Worte. Du hast da lange gesagt, dass du das Gutes anst. Und du hast da. 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 Ich versorg' noch Kaffee und den Wein, den du so magst Es könnte sein, dass du bleibst und wir feiern zu werden Du hast doch mal gesagt, dass wir das Größte waren Nur noch drei verbotene Küsse auf deinem Walcom Und noch drei verlegene Blicke vor dir im Letzten Der wirklich kommt Weißt du, ich mag dich wirklich Ich hab dich wirklich mit meinem Herz genommen Aber nicht so, wie du mich in deinem Oh, ich mag's nicht, wenn du willst Ich wollte den Fischverkäuferin nicht verraten, was ich Dich von hier bin Du, wie ich versteh' und hab' Schau' am Schiffen zu, wie sie kommen, wie sie gehen Zweifelunglöse Ich hab dich mit meinem Herz Ich hab dich mit meinem Herz Vielen Dank.